Hallo und herzlich Willkommen bei Frank und Uli. Wir sind hier in unserem Studio und wir waren vor kurzem in Sardinien, haben unsere erste große Aktion mit dem Campervan eigentlich gemacht und haben uns überlegt, dass wir euch davon ein bisschen berichten wollen, weil ich glaube es ist für jeden, der da hinfahren will und der vielleicht auch zum ersten Mal da hinfährt, ganz interessant, was wir so erlebt haben und unsere Eindrücke, die wir dort gewonnen haben und vor allem, wir haben natürlich bei uns immer den Fokus auf der Fotografie und auf dem Filmen und das wollen wir euch natürlich auch ein bisschen mitgeben, ein paar Tipps, wie ihr dort vielleicht mit eurer Ausrüstung, was ihr da an Motiven finden könntet, was ihr ausprobieren könnt und vor allem, was eigentlich ganz sinnvoll ist, was ihr mitnehmen könntet. Und ja, bevor wir losgefahren sind, logisch haben wir natürlich einiges dazu ins Gepäck gepackt und das kann euch gerade mal der Frank vielleicht erzählen. Genau, also ich bin eigentlich Fotograf, wie man vielleicht aus dem Anhang hier lesen kann. Ich habe eigentlich den ganzen Tag viel Kameraequipment um mich herum, dann möchte ich auf der Reise nicht noch unbedingt mehr mitschleppen, wie ich vielleicht schon dabei habe. Aus diesem Grund haben wir dann eigentlich, klar, wir nehmen die Smartphones mit, das ist so ein bisschen unser Ding, so ein bisschen. Smartphone-Fotografie und Filmen ist einfach eine coole Sache, kann man einfach coole, schöne Sachen machen, ohne mit viel Equipment. Dann habe ich eine Kamera dabei, ich kann es auch aus dem Vollen schöpfen, ich habe jetzt eine EOS R5 dabei, aber sicherlich braucht man das für dieses bestimmt nicht. Man könnte jetzt auch mit einer kleinen Systemkamera oder, das ist eigentlich auch gerade egal, was ihr da mitnimmt, habt ihr ja wisst ein bisschen, wie es funktioniert. Ich habe mich so ein bisschen beschränkt auf zwei Objektive, so ein 24-70, 70-200, dass man vielleicht auch ein bisschen Tele machen kann. Dazu habe ich eine Action-Cam dabei, weil das habe ich eigentlich immer fast in der Kameratasche dabei, wenn man irgendwie könnte, wenn man es an den Bus hin machen möchte oder einfach mal drüber fahren möchte oder irgendwie solche Geschichten, ist eine Action-Cam einfach gut. Du ziehst sie raus, hältst sie in die Luft und kannst loslegen. Gut, was brauchen wir noch? Gut, wir haben noch eine Drohne dabei, weil es hat sich auf Sardinien ja so ein bisschen angekündigt, dass man coole Landschaften hat und das macht dann einfach auch Spaß, weil du natürlich, wie man nachher sieht auf den Bildern auch, du hast natürlich viel, viel weniger Stromleitungen, du hast natürlich viel, viel weniger Einschränkungen in der Luft. Da kann man ja irgendwie schon ein bisschen nette Dinge machen. Dazu würde ich immer, wenn dir auf Reisen geht, würde ich immer ein Stativ mitnehmen, weil man einfach mal eine Zeitrafferaufnahme oder eine Langzeitaufnahme machen kann. Man stellt die Kamera hin, stellt ein Stativ hin und du hast ein super scharfes Bild, kann man auch mal was zusammenstückeln oder wenn ihr selber mit drauf sein wollt, ihr habt von mir aus einen YouTube-Kanal oder ihr habt einen Vlog oder irgendwas und möchtet was zeigen, stellt ein Stativ hin, wird es was, wird es gut, wird es cool, geht es los. Und ich habe immer so eine kleine Klammer dabei, das ist so eine Snap-Tools-Klemme. Damit ist es möglich, ein Smartphone oder auch eine Kamera oder eine Action-Cam irgendwo hinzuschrauben, ist nachher ein super Tool, haben wir auch so. Ja, ihr könnt bei uns schauen, wir haben auch solche Sonnenaufgänge fotografiert und mit Langzeitaufnahme und Zeitraffer gefilmt, schraubst du hin und das geht los. Das ist quasi mein Lieblingstool. Ja. Eins meiner Lieblingstools. Ja, da muss man jetzt, klar, wir verkaufen das natürlich, das Tool, aber irgendwie sowas gehört wirklich in jede Fototasche, ob das jetzt von uns ist oder nicht, aber die Snap-Tools-Klemme ist wirklich ein cooles Teil und nimmt damit, kostet ein paar Euro und du kannst die Kamera wo hinschrauben und es geht los. Genau. So ging das eigentlich schon los. Also wir haben ganz wenig Equipment dabei. Wenn ihr so auf die Reise geht, ja, ich würde mich da, klar, man kann da nicht zu viel mitnehmen, Bock drauf hat, aber ich würde mich da nicht total verkopfen. Was ihr vielleicht darauf achten müsst, ist einfach, hey, habt ihr Speicherkarten dabei? Habt ihr, wenn ihr eine große Speicherkarte in der Kamera habt, habt ihr auch da dafür Ersatz? Weil wenn was kaputt geht, dann ist es im Prinzip eher nicht die Kamera, sondern vielleicht die Speicherkarte, dass sie sich nicht mehr lesen lässt und dann ist es einfach schlauer. Du hast einfach eine Ersatzkarte dabei, fotografierst weiter auf die Ersatzkarte und kümmerst dich einfach, wenn du zu Hause bist, um die Daten, die jetzt auf der Karte, die vielleicht nicht mehr geht, lesen kannst. Ja, da würde ich im Urlaub nicht dran rumfreckeln. Genauso, was wichtig ist, klar, ihr braucht Akkus. Vielleicht würde ich auch nicht nur ein Akku mitnehmen. Ich würde immer so ein bisschen Ersatz mitnehmen, weil auch da ist dasselbe. Wenn was nicht funktioniert, ist es eher der Akku, als wie die Kamera aber rummuckt. Und ihr müsst natürlich schauen, dass ihr das alles auch aufladen könnt. Da muss man halt gucken, wie kann man es machen. Hat man Strom? Dann muss ich auf dem Campingplatz halt schauen, hey, habe ich da einen Stromanschluss? Habe ich ein Auto mit Stromanschluss? Wir bei uns, wir haben jetzt unseren VW-Bus, wir haben einen T6, umgebaut selber so ein bisschen. Und da war der Fokus eigentlich drauf, so ein bisschen autark zu sein. Ich habe zum Beispiel die ganze Verkabelung danach so gemacht, dass wir alles mit 12, das meiste mit 12 Volt händeln, also Netzteile mit 12 Volt Anschluss, dass wir diesen Schritt auf die 220 Volt einfach umgehen. Und wir konnten quasi alle Akkus, ob es jetzt die Drohne ist oder ob es jetzt die Kamera ist oder DJI oder die Action Cam aufzuladen. Das war einfach möglich an den 12 Volt Steckdosen im Bus mit minimalem Aufwand. Und auch da ohne viel Struggle und Hochtransformieren und Runtertransformieren. Das halte ich im Kfz ja nicht so die optimale Lösung. Und wir hatten ja gar nicht Stromprobleme oder irgendwas. Aber egal, auf jeden Fall, wenn ihr auf Reisen geht, macht euch auch Gedanken, hey, wie kriege ich das alles voll? So ein bisschen, sonst nutzt euch die beste Kamera zwangsläufig nichts. Und da lieber ein bisschen mehr mitnehmen und lieber beim anderen ein bisschen weniger. Wie gesagt, wenn was schrottig ist, dann sind es eigentlich die Kleinigkeiten. Es knickt irgendwo ein Kontakt ab und ein Objektiv geht kaputt. Das geht in der Regel nicht kaputt, sage ich jetzt einfach mal. Ja, genau. Eigentlich, genau. Und das iPad hatte ich natürlich auch noch mit. Ganz klar. Ich bin eigentlich einer, der sich in der Apple-Landschaft bewegt. Wir haben eigentlich zu den iPhones, zum Handy, dann auch ein iPad dabei. Weil dann kann ich zur Not auch immer mal, wenn mir der Speicher nicht ausreichen sollte, einfach die Daten von der Kamera auf das iPad kopieren oder was auch immer man machen möchte. Man hat aber abends mal die Möglichkeit, mal das Zeug anzuschauen, was man den ganzen Tag fotografiert hat. Ja, und das ist eigentlich schon cool. Also iPad halte ich für ziemlich clever. Ich habe jetzt Laptop zum Beispiel, das ist ja gar nicht dabei gehabt. Das ist mir dann einfach ein Tacken zu viel Aufwand einfach. Nee, und ich meine gut, mit der Kleinigkeit an Bord also, was sich jetzt natürlich doch ein bisschen nach mehr angehört hat, als wir eigentlich ursprünglich meinten, aber es war tatsächlich recht komprimiert doch. Mit der Kleinigkeit an Bord soll es dann also losgehen auch schon. Und wir wollten da auch direkt am Abend nach der Arbeit schon losfahren, denn wir wohnen hier zwischen Stuttgart und Bodensee. Das heißt, bis wir nach Livorno runterfahren, dem Hafen unserer Wahl, mit dem wir dann übersetzen wollten, nach Sardinien, das sind doch immerhin laut Google Maps um die neun Stunden Fahrtzeit. Und wir dachten so, naja gut, A, wollten wir einfach jetzt dann auch mal loskommen. Und B, haben wir gesagt, so okay, neun Stunden, warum denn stressig? Wir fahren einfach am Abend schon los. Und ich wäre ja auch dann fertig gewesen und hätte ja auch dann starten können. Gut, und da beginnt dann immer, wenn man eigentlich Fotograf ist oder von mir raus auch der IT-Berater des Fotografen quasi. Ja. Aber da kommt man ja nicht los, weil dann eigentlich auch das passiert, dass quasi, ne, klar, ich arbeite noch bis zur letzten Minute, dann meine Daten sind eigentlich auf dem Server, aber auf meinem Schreibtisch steht natürlich noch ein RAID-System, wo die aktuellen Daten drauf sind, wo man so ein bisschen die Kunden abarbeiten kann, das natürlich dann auch noch rummuckt, bevor man auf die Reise geht. Und ich bin dann auch einer, der kann dann auch schlecht los, wenn jetzt dann blinkend hier das nass zurücklassen. Gut, ich meine, ja, da sind ja auch dausende von Bildern drauf und die will man ja auch nicht irgendwie dann nachher nicht mehr finden wollen. Also das ist mal klar. Und dann habe ich auch da wieder, klar, Fotografen, Fotografen live, ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Und auf jeden Fall, kurzum, wir sind dann erst am nächsten Morgen gefahren. Ja, genau. Was dann aber auch einen Riesenvorteil hatte, haben wir uns dann so überlegt, weil in der Nacht hätten wir ja gar nichts mehr gesehen, wo wir lang gefahren sind und das war einfach zu schön. Also selbst wenn das Wetter noch nicht jetzt so die Bombe war und es hat auch so ein bisschen geregnet noch, aber die Fahrt war trotzdem sehr schön. Und das Gefühl, morgens mit einem Kaffee, Croissant, zack, los starten, das war einfach super. Wir sind dann über die Schweiz reingefahren, haben in Konstanz an der Grenze schnell noch brav die Vignette gezogen, draufgepäppt und sind dann weitergefahren. Allerdings ziemlich mit dem Fokus, relativ zügig dann nach Livorno zu kommen. Also wir haben nicht groß angehalten oder sowas. Die Fahrt durch die Schweiz war super, schön wie immer. Man kommt sich vor im Miniatur-Wonderland irgendwie, ein maglige Eisenbahn-mäßiges Feeling. Das war also wirklich super, super schön. Kann man jedem empfehlen, der so unseren Weg hat, fahrt den über die Schweiz, auch wenn es was kostet. Ganz klar. Das lohnt sich immer, weil das einfach super, super schöne Landschaft ist. Klar, dann fährst du da weiter, Schweiz war kein Problem. Dann fahren wir weiter nach Italien, da geht es dann gleich los. Da muss man sich ein bisschen darauf einstellen, hey, ab da muss man dann ab und zu mal zahlen. Man hat Mautgebühren, wo man bezahlen muss. Wenn man auf die Autobahn einbiegt, dann von der Schweiz nach Italien. Die ersten fünf Meter merkt man auch sofort, was so ein bisschen die Gangart in Italien ist. Die Lastwagen fahren völlig crazy ohne Rücksicht und da steht 50 dran. Du fährst 80 und wirst mit 150 überholt. Scheint mir so völlig... Die Schilder muss man einfach mal zwei nehmen, glaube ich. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie man das in Italien denkt. Egal, auf jeden Fall sind wir dann doch brutal viel zu früh eigentlich in Livorno am Hafen eingetroffen. Dort funktioniert das, wenn das einer noch nie gemacht hat. Das ist eigentlich völlig easy. Also man fährt dorthin, das ist beschildert, das kann man schaffen. Man hat sein Ticket, fährt da rein. Wir waren dann quasi... Der Räder empfiehlt, glaube ich, zwei Stunden zuvor da zu sein. Ja, genau, was wir auch waren. Waren wir auch da, wir waren dann wirklich auch irgendwie noch mal, ein, zwei Stunden noch mal zu früh da. Und das erste Mal in unserem Leben waren wir quasi in erster Reihe, in erster Position mit unserem schönen Bus quasi vorne dran. Und dann haben wir gedacht, voll geil, da fahre ich mal als Erste auf das Schiff drauf. Ja, ja, nichts da. Wir sind so quasi fast als Letztes auf das Schiff gefahren. Also die Reihenfolge hat sich uns nicht ganz erschlossen. Egal, da muss man halt dann einfach auf die Leute hören, die das da machen. Und das Schiff fuhr ja dann auch, also fährst du auf das Schiff. Und das ist auch völlig machbar. Das ist auch, wenn man ein größeres Fahrzeug hat, überhaupt kein Problem. Ja, naja, naja, man muss manchmal schon ein bisschen rangieren. Ja, man muss ein bisschen schauen. Aber ich sage mal, mit dem größeren Bus geht das schon auch. Man muss einfach ein bisschen hinhören, was die Jungs und Mädels dort auf dem Schiff, die Einweiser da so sagen. Es ist völlig machbar. Ja, die pfeifen einen dann schon zurecht. Also das passt dann schon. Genau, alles zacki, zacki, zacki. Und das Schiff fährt ja dann auch wirklich auf die Minute auch ab. Ja, das war ziemlich pünktlich. Das muss man schon sagen. Also es fährt dann top ab. Und wir hatten so, dass wir abends angereist sind. Genau, wir sind um 22.30 Uhr sollte die Fähre gehen. Wir haben also die Fähre über Nacht genommen. Weil gut, da auf dem Wasserhocken tagsüber macht das nicht so viel Sinn. Deswegen dachten wir, super, da kann man dann auch noch ein bisschen schlafen. Trinkt noch schön Bier da. Was für halt. Also jetzt in dem Fall dringend jedem raten müssen, wenn ihr auf dieses Schiff geht, nehmt um Gottes Willen eine dicke Jacke mit oder eine Decke oder irgendwas. Weil wir saßen da quasi eine Nacht lang im Kühlschrank. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, warum die so runterkühlen. Das hat sich uns auch nicht erschlossen. Keine Ahnung. Erschließt sich einem das nicht. Das ist quasi eine fahrende Tiefkühltruhe, die sich teilweise mehr bewegt. Und unser erstes, also wo wir hingefahren sind, muss man auch ganz klar sagen, das war ein abgeranztes Eisenteil. Und wir hatten jetzt keine Kabine gemietet. Und ganz ehrlich, ich wollte auch keine Kabine. Nö, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich wollte es einfach nicht, egal. Es ist so ein wirklicher, ein wirklicher. Ja, aber ansonsten war es auch echt Käse eigentlich, muss man echt so sagen. Nee, wirklich nicht so toll. Aber sagen wir mal so, man freut sich ja da auf den Urlaub und im Grunde genommen ist es wurscht. Aber man muss schon ehrlich sagen, ich habe dann nachher so von der Fähre so eine Bewertung ausfüllen sollen. Und gut, da habe ich das dann schon gesagt, weil das war also echt unmöglich. Aber egal, das war wurscht. Am nächsten Morgen kamen wir an, was natürlich echt ein Hammer war. Ja, wir kamen also zuerst, wir hatten noch Frühstück gebucht. Das ist aber auch eine Katastrophe. Die ganzen Leute, die da arbeiten, muss man jetzt leider Gottes echt sagen. Es war vielleicht Saisonende. Die hatten keinen Bock mehr. Aber auf jeden Fall war es nicht okay. Mal ganz ehrlich. Wenn es mein Mitarbeiter wäre, würde ich ihn entlassen. Ganz einfach. Nee, ist einfach so. Es geht gar nicht. Egal, auf jeden Fall. Wir haben dann irgendwann Kaffee gekriegt. Egal. Und du kommst ja dann morgens dort an, um sechs Uhr morgens. Und es war halt nur geil. Ja, das war mega. Und ich meine, das ist das Erste, wo ihr wirklich auch schon mal eure Kameras an Start nehmen solltet. Genau. Unbedingt. Ihr kommt da morgens an und fahrt natürlich in den Sonnenaufgang rein. Das heißt, als wir ankamen, da war auch echt ein abartiges Licht, weil da hatte das davor gewittert oder geregnet. Und das war eine unglaubliche Stimmung. Abgesehen davon, dieses letzte Manöver von der Fähre, bis die sich so in den Hafen reindreht hatte. Ja, das kann man schon. Das war festzulierend. Wir haben dann schon auch echt, klar, wir sind jetzt auch nicht die Seeleute quasi. Für uns ist das ja total toll, wenn da eine Fähre sich dreht und ein Schiff anlegt. Und da sind Arbeiter und da sind, was weiß ich, da sind irgendwie Boote, wo da rumfahren und du legst im Hafen an. Und hier kannst du dann echt auch schon, wenn du Bock hast, deine Geschichte dann auch erzählen. Wenn du jetzt einmal einen Film drehen möchtest oder irgendwas, beginnt die Story halt auch schon vielleicht da schon. Also nicht erst, wenn ihr ankommt, sondern ihr fahrt aufs Schiff drauf, da könnt ihr schon was machen. Das Schiff legt an, da kann man ein bisschen was machen. Wir hatten ja einen Riesenspaß auch mit da auch schon Langzeitaufnahme und wie das Schiff sich dreht. Und es war eigentlich schon cool. Das hat schon richtig Spaß gemacht. So viel Spaß, dass man quasi dann schon wieder aufs Schiff rennen muss, also zu unserem Auto rennen muss. Man muss dann schon schauen, dass man in die Pötte kommt, weil die haben eigentlich genauso schnell, wie man eingeladen hat, lädt man auch wieder aus. Ja klar, natürlich. Und ja, man darf da glaube ich auch nicht ganz empfindlich sein. Und dann ab dafür und los geht's. Und dann fährst du von dem Eisenkern runter. Und dann war der goldgelberne Himmel. Ja, das war jetzt echt enorm. Es war ein super Ankommen, muss man sagen. Es hat schon Riesenspaß gemacht. Und du hattest gleich das Gefühl, boah, du bist ganz woanders. Als wir bei uns losgefahren waren, war es halt noch kalt. Dort ist es dann mild und es war richtig noch warm. Wir müssen vielleicht dazusagen, wir sind Ende September ja losgefahren. Und das haben wir extra so gemacht, weil wir einfach nicht zur heißesten Jahreszeit wollten, nach Sardinien wollten, weil uns das einfach zu heiß gewesen wäre. Und wir hatten auch keine Zeit vorher. Aber man muss dazu sagen, der Zeitpunkt war einfach mal genial, weil es war noch warm. Es war ein normaler Sommer. Also du hattest nicht 40 Grad, sondern einfach mal angenehme zwischen 24 und maximal einmal 33 Grad. Aber auch die Nächte sind super warm, angenehm gewesen für uns. Für uns Camper natürlich mega. Das heißt, da braucht man nicht zusätzliche Decken oder so ein Kram. Also das war richtig schön. Es hat genau gepasst. Super Jahreszeit, um da hinzureisen. Und vor allem auch nicht so viele Leute. Das Ganze ist sehr chillig, wenn man da dann ankommt. Das merkt man gleich auch. Ja, also der Termin war für uns, war das jetzt super cool. Es war natürlich, es ist natürlich ein ruhiger Urlaub, natürlich. Es ist jetzt nicht, also wir waren jetzt ja nirgendwo irgendwie Disco-Dancing oder irgendwie sowas wäre, sondern es war echt Landschaft, Ruhe und ja, einfach total chillig so ein bisschen. Und im Prinzip ging es ja dann schon los so. Klar, wir sind ja dann, wie war das? Ja, der Punkt ist der, dass wir also dann das quasi vor Ort immer so ein bisschen austariert haben, wo wir hinfahren dann. Es war schon klar, wir hatten zehn Tage. Das heißt, die Insel haben wir schon mal grob so in die obere Hälfte, untere Hälfte eingeteilt, damit wir doch auch relativ gemütlich einmal da rumfahren konnten, die obere Hälfte so ein bisschen entdecken. Da haben wir uns ein paar Sachen immer wieder ausgesucht. Und wir haben gestartet, indem wir Richtung Süden gefahren sind, in Richtung Orosei. Und dort haben wir dann irgendwann mal angefangen, so ein bisschen nach Campingplätzen zu gucken, was allerdings natürlich, das muss man dazu sagen, ist halt nach Saison auch, da hat halt auch nicht jeder noch offen. Was aber dann auch kein Problem ist, weil wir hatten so einen Eindruck, die Schönsten waren es trotzdem noch für uns, die offen hatten. Und da konnten wir dann auch einen Platz finden. Das war auch ganz easy, weil wir mussten nicht im Voraus buchen. Man fährt einfach drauf, man kriegt seinen schönen Platz, man hat eine Auswahl. Und man muss auch nicht sagen, wie lange man bleibt. Man weiß einfach, okay, da und da ist der Checkout. Wenn du gehen willst, musst du halt gucken, dass du vorher beim Checkout draußen bist. Und ansonsten kannst du verlängern und zahlst dann einfach, wenn du gehst. Also super Sache war das für uns so. Ja, ja, total. Ich denke, in der Hauptsaison muss man, wenn man Campingplätze benötigt, muss man das schon buchen. Das denke ich mal einfach. Also sonst funktioniert das gar nicht. Aber sage ich mal, wahrscheinlich im April oder wo wir waren, jetzt im September, Oktober, da fährt man einfach hin und fertig. Muss natürlich vielleicht mal zwei, drei Campingplätze auch anfahren, weil der eine oder andere nicht zu hat. Und das ist überhaupt kein Ding. Du fährst dorthin, da fährt dich einer rum, nimmt dich in Empfang. Die können alle zum Teil super gut, besser deutsch als wir. Die können super gut deutsch. Und dann suchst du dir irgendeinen Platz raus und los geht's. Ja. Und den ersten, den wir da also gefunden haben, das war Cala Ginepro. Habe ich mir sagen lassen, dass man das so ausspricht. Und das war wahnsinnig schön. Da hatten wir auch ein Riesenglück. Das lag in einem Wald. Und dann konnte man gleich vor an den Beach, das war so eine kleine Bucht oder beziehungsweise mehrere Buchten, die sich so aneinander reiten. Und das war umwarfend schön. Also es war super schön einfach. Ganz klar. Und du kommst dort in Sardinien an. Das ist einfach echt krass. Du gehst dort hin, dann hast du deinen ersten Strand da. Da war es dann so. Du gehst dort zu einem Campingplatz zum Tor raus. Dann war es da ein bisschen felsig. Dann läufst du ums nächste Eck rum. Dann ist da ein bisschen feinkörniger Sand. Und okay. Und alles cool. Blitzeblankes super Wasser. Das Wasser war noch super warm. Logischerweise super warm. Und da war ja zum Teil gar niemand. Nee. Also wirklich ganz wenig Leute. Das war richtig cool. Und das hat dann Riesenspaß gemacht. Da haben wir dann auch gesagt, okay, die ersten zwei Tage haben wir tatsächlich dort verbracht und einfach mal nur gechillt. Nichts anderes. Und haben dann am nächsten Morgen, das war dann sehr schön, eben gleich mal so einen Zeitraffer gemacht mit dem Sonnenaufgang. Das war richtig cool. Haben einfach nur das Handy mitgenommen, rausgezogen. Wir hatten diese Klemme, eben diese Snap Tools Klemme. Und ab dafür. Und schon geht es los. Und stiefelst du da raus und legst da los. Und das kann man auch ganz einfach auch ganz super gut mit deinem Smartphone machen. Dann auch hier ist immer, klar, ich habe jetzt die volle Auswahl, benutze das Smartphone. Es geht eigentlich nicht nur darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ihr könnt halt den Sonnenaufgang auch nur filmen und fotografieren. Wenn der Sonnenaufgang ist, dann nutzt euch eigentlich die beste Kamera nichts. Und darum kannst du das auch sehr gut mit dem Smartphone machen. Auch da hat man vielleicht im Urlaub auch mal Zeit, so ein bisschen mal sich mit den Einstellungen des Smartphones zu beschäftigen. Man kann vielleicht auch mal eine App runterladen, wo man eine Zeitrafferaufnahme machen kann, wenn einem von der Kamera, wo dabei ist, nicht ausreicht. Das sind solche Geschichten. Da ist das eigentlich ganz cool. Ja, okay. Und ich fotografiere ja gerne mit dem Smartphone. Beziehungsweise in der Hauptzeit fotografiere ich mit dem Smartphone. Und mal ganz ehrlich, du sagst mir ja dann auch immer irgendwie so qualitativ, wenn du das siehst oder so, erst rein. Also da kann man gar nichts sagen. Und den Vergleich, wie es dann nachher ist, wenn man mal mit dem Smartphone fotografiert oder eben dann mit der sozusagen großen Kamera, also mit der EOS, mit dem Teleobjektiv, den habe ich dann irgendwie so am Abend selber erfahren, da man mal einfach Rollen tauscht. Und ich habe gesagt, okay, bitte, ich probiere mich mal daran, Porträts zu machen. Und der Frank war dann quasi so mein Model, das ich dafür genommen habe. Und das war richtig krass. Und der Unterschied war unglaublich, weil ich am ersten Mal gemerkt habe, wie schwer diese ganze Ausrüstung war, also dieses Riesentele dazu hin, dann überhaupt sich zurechtzufinden, die Perspektive zu wählen. Und natürlich, damit es auch unterschiedliche Perspektiven gibt oder interessant wird, setzt man sich natürlich auch mal hin. Ich bin im Sandklägen, ich bin gekniet. Und was weiß ich, ich muss ehrlich sagen, ich fand es wahnsinnig anstrengend mit der großen Kamera. Und ich bin das gar nicht gewöhnt. Und für mich war es dann wahnsinnig schwierig, damit zurechtzukommen, tatsächlich mit allem, was mir sonst normalerweise, also ich musste mich auf Technik konzentrieren, auf Perspektive, wie sitze ich hin, was mache ich. Und da nimmt mir das Smartphone schon viel ab. Und vor allem, ich komme natürlich mit meinem Smartphone viel besser an manche Sachen ran oder kann ganz andere Perspektiven wählen, möchte ich mal behaupten, dass es doch eigentlich mit der großen Kamera möglich ist. Ganz klar, große Kamera, klar, ich habe die maximale Auflösung, ich habe die maximale Schärfe, ich habe einen bisschen anderen Look, ich kann mit Tiefenschärfe arbeiten, dass du von mir aus mehr ein bisschen im Hintergrund ein bisschen unscharfer hast und solche Dinge, auch Tele, speziell Teleaufnahmen, etwas aus der Ferne herholen, ist natürlich super mit der Systemkamera oder Spiegelreflexkamera. Aber bei vielen Leuten ist immer, ihr müsst euch natürlich bewegen, wenn ihr fotografiert. Und es ist halt viel leichter, oft mit dem Smartphone sich irgendwo in eine kleine, auf eine tiefe Position zu begeben, in irgendeine enge Situation zu begeben. Du hast das Ding von den Winkeln her relativ schnell hintrapiert, wo du es hinhaben möchtest. Das ist oft, denke ich, während bei vielen stehen sich das selber im Weg, indem sie einfach mit Gewalt dann auch die große Kamera nehmen. Das Smartphone, muss ich als Fotograf selbst sagen, ist keine Notlösung. Es ist absolut eine ernstzunehmende Kamera, man kann viele Dinge damit lösen. Es geht ja ganz oft bei vielen Dingen einfach zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle zu sein. Und da ist es oft besser, hey, ich ziehe das Smartphone raus und mache das mit dem und habe von mir aus auch noch doch dazu ein bisschen Ahnung und coole Perspektiven, als wie ich eier mit der Systemkamera rum, wo ich vielleicht dann auch nicht hundertprozentig jede Funktion habe und nicht alles beherrsche perfekt, weil ich es dann doch nicht so oft benutze und habe dann einfach den Zeitpunkt versäumt oder einfach habe den richtigen Zeitpunkt nicht. Und das geht es halt bei der Fotografie hauptsächlich, einfach mal zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle zu sein. Es nutzt einfach gar nichts, wenn ich eine technisch perfekte Aufnahme habe, die vielleicht scharf ist, aber es ist leider der falsche Zeitpunkt oder ich habe dann den richtigen Winkel nicht hinbekommen, weil es einfach ein großes Gerät ist. Also das Smartphone ist schon, ernst zu nehmen, die Kamera dazu kommt noch, dass natürlich so ein Smartphone auch unwahrscheinlich künstliche Intelligenz hat und ich habe die Möglichkeit auch verschiedene Apps und verschiedene Software drauf zu installieren. Wenn ihr zum Beispiel eine Funktion in eurem Smartphone nicht habt, dass ihr vielleicht ein neues Smartphone habt, empfehle ich immer jedem mal, hey, geh doch einfach mal in den App Store rein oder bei Android in den Google Play Store und suche vielleicht einfach nach der Funktion, wo ich vielleicht eine neue Kamera-App installieren kann und habe dann diese Funktion einfach nachgerüstet. Ein Kamerahersteller liefert euch nichts nach. Wenn ihr eine Kamera habt, die einfach zwei, drei, vier, fünf Jahre alt ist, dann ist die einfach so alt, wie der Stand der Software damals war. Beim Smartphone ist das einfach nicht so. Wenn euer Smartphone zum Beispiel eine Nachtaufnahme-Funktion einfach nicht habt, dann geht einfach mal in den App Store rein und schaut einfach mal, ob es vielleicht die passende App für diese Funktion gibt. Und das kostet dann vielleicht drei Euro, fünf Euro, acht Euro, keine Ahnung. Und ihr habt einfach die Funktion nachgeladen und gut ist. Das sind einfach solche Dinge, wo das Smartphone einfach den Vorteil absolut ausspielt. Speziell bei Fotografie, das ist eine Baustelle, die nächste Baustelle ist dann noch Video. Da kommt das ja noch on top. Beim Video ist das ja sehr viel vielleicht. Jeder, der mal mit einer Systemkamera ein Video gedreht hat, weiß eigentlich, wie schwer es ist, die Schärfe zu treffen, die Belichtung zu treffen, die richtige Belichtungszeit, die richtigen ISO und diese ganzen Parameter zu haben. Und wie gut die Bildqualität ist, wenn du einfach ein iPhone rausziehst, auf Video drückst, wie gut es ist mit den Systemparametern. Das ist schon echt wirklich, wirklich gut. Und für viele Leute würde ich sagen, hey, nimm dieses Smartphone ernst und geh auf der Reise, mach mit dem viel, man kann mit dem echt, ich sage ich mal, eine coole Reisereportage machen, ob es jetzt Video oder Fotografie ist. Ihr könnt euren Blog bebildern, das ist überhaupt kein Problem. Es ist keine Notlösung, sage ich als Berufsfotograf. Ne, ja, und das ist eine, wie vollwertig die Kamera ist, eben auch dann in Ergänzung mit Apps oder sowas. Ich sage nur zum Beispiel die Slow Shutter App, was wir da auch ausprobiert haben. Also ich wollte einfach auch ein bisschen mal experimentieren, was kann man alles machen. Und das ist zum Beispiel auch so was mit diesen Long Exposure Aufnahmen. Klar, ein Stativ dazu, Smartphone drauf und schon geht es los. Und da kann man auch verschiedene Dinge dann nachher einstellen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo am Meer seid und ihr wollt einfach, dass die Meeresoberfläche nachher dann so ein bisschen verschwommen ist, quasi wie so in Watte und dann ragen vielleicht noch die ein oder anderen Felsen raus, kann man super mit der App mal ausprobieren. Macht einen Riesenspaß. Das war ja auch das Ding, was wir eigentlich wollten. Wir wollten da tatsächlich, wenn wir jetzt da unterwegs waren, einfach auch vieles ausprobieren und mal schauen, okay, wie kommt es denn mit dem Smartphone alles. Und wir sind absolut begeistert. Ja, absolut. Wir fanden das absolut cool, vollwertige Kamera. Und wie gesagt, für mich ist es einfach super, um schnell kreativ zu sein. Absolut auch. Macht großen Spaß. Ja, und so haben wir unsere Sachen also auf jeden Fall wieder mal zusammengepackt, nachdem wir so viel ausprobiert hatten und sind dann weitergefahren. Und zwar, ich bin ein großer Höhlenfan, muss man mal sagen. Und zwar, es gab da, habe ich gefunden, eine Grotta di Miraculo. Also mit einem Mordsnamen. Das klang schon recht nach wunderbar irgendwie. Und ich dachte, es war ja Bombe. Da müssen wir unbedingt hin. Habt es dann auch mal googelt. Ein geheimer Ort. Ein geheimer Ort. Ort des Wunders, keine Ahnung. Und naja, es sah dann auch ein bisschen wild aus irgendwie. Einmal um den Berg rumfahren und dann sollte man dann bei der Grotte sein. Und das war dann auch richtig heftig. Wir sind dann wirklich wie in die Alpen reingefahren, war die Anmutung. Also von unten auf der Ebene 25 Grad haben wir uns mal schnell raufgeschraubt auf 15 Grad. Eiskalter Wind und wirklich ganz schön oben mit endlos Kurven. Endlos Kurven macht eigentlich richtig Spaß. Es sind eigentlich total viele Motorradfahrer unterwegs. Also wenn einer Bock hat auf Moped fahren, ist das, glaube ich, Sardinen absolut auch eine Anlaufstelle. Muss ich jetzt absolut sagen. Also siehst du ja ganz viele Motorradfahrer und das ist super cool dort. Die Straßen sind auch gar nicht, die waren auch da jetzt zum Beispiel in den Bergen auch gar nicht schlecht. Die Straßen waren picobello. Also das war echt cool. Also das kann man, also für Motorradfahrer, denke ich, ist es auch ein Reiseziel. Absolut, absolut. Und auch für andere zwei Radfahrer, denn es haben sich da auch tatsächlich viele Radfahrer hochgequält. Also es war wirklich enorm. Ich würde um Gottes Willen niemals mit dem Fahrrad da rauf fahren. Aber okay, es sind ja andere Dinge. Aber ich kann mir vorstellen, auch der, der das Radfahren liebt, der kann auf Sardinen tolle Touren machen. Gar keine Frage. Mountainbike, Straßenrad, egal. Also ich glaube, es kommt schon ganz gut. Naja, und so sind wir eben da um den Berg rumgekurvt und geschlängelt und irgendwann dann nach einem kleinen schönen Bergdörfchen in eine Hochebene eingebogen. Da war es dann von den Temperaturen wieder erstaunlich mild, sehr nett. Und da war auch mordswas los, muss man sagen. Allerdings weniger Menschen hat man da antroffen als alles Mögliche auf vier Beinen. Ja genau, da läuft halt Kühe, Ziegen, Schweine. Es läuft eigentlich alles über die Straßen. Also das ist ja völlig krass. Also schon cool. Also macht Spaß. Kann man sich anschauen. Absolut. Und überall im Unterholz raschelt es. Man weiß nicht so genau, was da passiert und wer da drinsteckt. Keine Ahnung. Ob die da jemand, klar, die gehören ja jemand, aber wie das funktioniert vom Ablauf, keine Ahnung. Ich bin kein Bauer, aber cool. Einfach cool. Sehr, sehr schön. Also tolle, tolle, sagt man denn da, tolles Fell hatten die zum Teil auch. Also richtig lange Haare irgendwie. So war bestimmt was ganz was Tolles an Ziegensorte oder sowas. Wenn ich so genau nachgucke. Egal, wir waren nämlich auf dem Weg konzentriert, klar. Es ging ja immer dann noch zu der Grotta di Miraculo. So und das Ganze wurde dann auch sehr sonderbar, denn wir fuhren lang und irgendwann plötzlich hörte halt die Straße auf. Und dann gab es keinen Asphalt mehr. Ja, war weder auf Google eingezeichnet noch auf der Karte, sondern die Straße war dann einfach mal weg. Ja, obwohl das eigentlich eine Straße sein soll, aber das ist, ja, der steinige Weg war dann die Straße quasi. Ja, ja, genau. Und das war richtig cool. Allerdings, wie es da dann weitergeht, das erzählen wir euch das nächste Mal. Ich glaube für heute von Einstieg kann man euch schon ganz schön viele Eindrücke ja mitgeben und auch über die Fotografie. Und vielleicht machen wir hier eine kleine Pause im nächsten Teil, wann wir euch dann berichten, was passiert ist, nachdem die Straße aufgehört hat. Und ob wir dann doch noch zur Grotta di Miraculi gefahren sind. Ach, ich sage schon Miraculi, ist schon wie Miraculone. Nein. Also wie auch immer, ob wir da angekommen sind oder nicht. Das sagen wir euch das nächste Mal. Bis dahin, wir würden uns freuen, wenn wir uns quasi dann wiedersehen. Und da bleibt einfach dran. Am besten vielleicht abonniert uns, drückt die Glocke und werdet dann informiert, wenn wir unseren nächsten Beitrag für euch bereit haben. Genau, weiter geht es im zweiten Teil. Vielen Dank. Ciao. 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 Ciao.